Hallo liebe Freunde der Quadrocopter-Kunst von gestern Morgen, übermorgen und nächstes Jahr. Herzlich willkommen, jetzt bin ich wieder unterwegs mit meinem Bildrad und bin hier mit meinen Hubsan. Will ich wieder ein kleines Filmchen machen und für was klappt diesmal. Letztens der HT hat ein Problem gehabt, hat nicht aufgenommen und jetzt machen wir mal schauen ob das klappt. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, wir fangen jetzt einfach mal los. So, Fersenbedienung ein. Ah, jetzt, jetzt, jetzt. Ich laber zu, jeder hat die Kamera aktiviert. So, dann richtet ein Powerpist. Cut. So. Jetzt findet das was. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020